Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes und die goldene Harfe Ein neues Abenteuer, gelesen von Christoph Hackenberg Im Frühjahr 1885 führte uns ein Auftrag nach Dublin, der Hauptstadt Irlands. Während ich begeistert davon war, eine neue Stadt kennenzulernen, wäre Holmes zweifellos lieber auf der größeren der britischen Inseln verblieben, Dringlichkeit und Wichtigkeit des Falles überboten jedoch seinen Unwillen gegenüber dieser Reise. Vom Bahnhof Houston im Londoner Bezirk Camden aus ging es mit dem Zug auf der Route der West Coast Main Linie über Watford, Rugby, Birmingham, Wolverhampton und Stoke-on-Trent, ehe wir die Hauptlinie, die bis nach Edinburgh bzw. Glasgow weiterführte, verließen und nach rund 220 Meilen die Abzweigung nach Liverpool nahmen. Gewohntermaßen verlief die Zugfahrt zwar alles andere als eintönig, ich erfreute mich an wechselnden Landschaften, Bauten und Städten, jedoch einsilbig. Holmes hatte für meine diesbezüglichen Hinweise lediglich ein tiefes Brummen übrig, ansonsten blieb er in seine Lektüre vertieft, die sich der Altersbestimmung hölzerner Gegenstände widmete. Exakt sieben Minuten bevor wir den Endbahnhof an der Liverpooler Lime Street erreichten, legte er das Buch beiseite und war fertig damit. Der Zug hat Verspätung, stellte er ungehalten, aber völlig korrekt fest, ohne auf die Uhr zu blicken. Wir sollten bereits in den Bahnhof einfahren. Der mühsamere und weitaus längere Teil der Reise lag nun noch vor uns, die Überfahrt über die Irische See. Da diese ohne weiteres acht Stunden oder mehr in Anspruch nehmen konnte, stiegen wir für die Nacht im Northwestern Hotel ab, das dem Bahnhof gewissermaßen vorgelagert war. Ich nützte den angebrochenen Nachmittag für eine rasche Besichtigung Liverpools. Auf dem Programm standen die Town Hall, St. George's Hall und Speak Hall als markantestes Beispiel des Fachwerkbaus der Tudor-Periode mitsamt der prächtigen Gartenanlage sowie die alte katholische Kirche von St. Peter. Ein Spaziergang entlang des Ufers des Merseys führte mich schlussendlich zu den Docks. Die moderne und geradezu gigantische Hafenanlage von Liverpool ist einer der bedeutendsten Dreh- und Angelpunkte der britischen Dominanz der Weltwirtschaft. Unzählige Schiffe kommen und gehen, bringen Rohstoffe aus den Kolonien und liefern die Erzeugnisse unserer Stahl- und Textilindustrie in alle Ecken der Erde. Gleichzeitig ist der Hafen von Liverpool auch ein Umschlagplatz für Menschen. Der Großteil der massiv gewachsenen Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Amerika hat von hier aus die Reise in die neue Heimat begonnen, darunter nicht zuletzt gut eine Million irischer Immigranten. Wir würden am nächsten Morgen den anderen Weg nehmen, mit dem Schiff von Liverpool nach Dublin. Holmes, der sich meinem Rundgang verweigert hatte, bekam ich erst am Frühstückstisch im Hotelsalon wieder zu Gesicht. Nun, Watson, begann er, als ich mich zu ihm setzte, konnten Sie gestern noch alles erkunden, was zu erkunden war? Man könnte gewiss mehrere Tage hier verbringen, entgegnete ich, und hätte immer noch genug zu tun. Es ist bedauerlich, dass Sie mich nicht begleiten wollten. Es hätte Ihnen bestimmt gefallen. Holmes schüttelte den Kopf. Diese Frage stellt sich nicht. Ich bin bereits vollständig auf den Fall fokussiert, da wären Ablenkungen jeder Art kontraproduktiv. Aber in Ihrem Kopf, mein lieber Watson, der allzu oft ohne dies voller Flausen ist, mag dies wohl keine weitere Rolle mehr spielen. In der Tat, Holmes, Ihre charmante Art ist immer wieder eine Freude, antwortete ich. Aber Sie täuschen sich, wenn Sie denken, ich wäre nicht bei der Sache. Physisch bewegte ich mich gestern zwar durch Liverpool, mit dem Kopf war ich jedoch bereits in Dublin. Ihre außerkörperlichen Erfahrungen seien Ihnen unbenommen, meinte Holmes mit einem Lächeln. Aber ich hege doch gewisse Zweifel, dass diese unseren Ermittlungen vor Ort zum Vorteil gereichen werden. Die Einheit von Körper und Geist ist Voraussetzung einer umfassenden Auffassung und Analyse. Bevor ich etwas erwidern konnte, erhob sich Holmes bereits und trieb mich an. Auf, auf, in einer Stunde legt unser Schiff ab. Sputen Sie sich mit dem Frühstück. Tatsächlich war ich etwas spät dran. Ich trank meinen Tee entgegen jeder Gewohnheit in einem Zuge aus und erklärte meine Bereitschaft. Nun denn, dann wollen wir uns zum Hafen begeben, sonst müssen wir noch nach Irland schwimmen. Holmes ignorierte meinen kleinen Scherz und entschwand schnellen Schrittes, während ich mir noch zwei Bissen von meiner Scheibe Toastbrot gönnte. Dann lief ich ihm hinterher. Natürlich erreichten wir die Anlegestelle rechtzeitig. Die RMS Mercy Side, ein nicht allzu großes, aber modernes Dampfschiff, das täglich neben den Passagieren vor allem postalische Sendungen transportierte, wurde noch beladen. Man hatte für uns eine der wenigen Kabinen reserviert, wo wir uns auch einrichteten, bevor wir an Deck das Auslaufen erlebten. Während für mich eine beginnende Schifffahrt immer ein grandioser Moment war, ich hatte natürlich schon Überfahrten von Australien oder Indien nach England mitgemacht, hielt sich Holmes' Begeisterung in Grenzen. Nach wenigen Minuten Fahrt verschwand er unter Deck. Ich verblieb an der Reling und betrachtete an der Backbordseite die vorbeiziehende nordwalisische Küste. Liverpool und Dublin liegen geografisch fast auf einer Linie, das heißt auf demselben Breitengrad. Während viele Fährschiffe in der irischen See einen Umweg nehmen und weiter nördlich auf der Isle of Man Zwischenstationen machen, befuhr unser Schiff den direkten Weg ohne Pause. Abgesehen von einer kleinen Kurve um Anglesey an der Nordwestspitze von Wales, die bei Holyhead beendet war, nahmen wir geradewegs Kurs auf Dublin Bay. Wir passierten immer in Küstennähe Rill, Colwyn und Lenditnow, ehe es nach besagter Umrundung aufs offene Meer ging. Da ich nach gut zwei Stunden seit der Abfahrt nichts von Holmes gehört oder gesehen hatte, beschloss ich ihn kurz in der Kabine zu besuchen. Als ich die Tür öffnete, lag Holmes zu meiner Bestürzung ausgestreckt auf dem Boden. »Um Himmels Willen«, rief ich und beugte mich über ihn, »Holmes, ist alles in Ordnung?« »Natürlich«, antwortete er, »ich genieße die Überfahrt und die Seeluft. Besondere Freude macht mir der Wellengang.« Sein Gesicht war kreidebleich, seine Atmung schwer, auf der Stirn hatten sich Schweißperlen gebildet. »Sie sind seekrank«, stellte ich sofort fest. »Haben Sie ein Schwindelgefühl?« »Was denken Sie, warum ich hier liege?«, entgegnete Holmes. »Sonstige Symptome?«, fragte ich. »Allgemeines Unwohlsein«, erklärte Holmes langsam. »Übelkeit?« »Kopfschmerzen?« »Mir ist kalt.« »Watson, ich glaube, es wird besser sein, Sie holen einen Arzt.« »Einen Arzt?«, wiederholte ich. »Holmes, soll das ein Scherz sein?« »Nein«, erwiderte er. »Aber Sie haben ja recht. Wir sind auf einem Schiff mitten in der irischen See. Woher sollen wir da einen Arzt nehmen?« Die Krankheit hatte offenbar auch Holmes' Sinne verwirrt. »Hören Sie, Holmes«, erklärte ich und hob seinen Kopf sanft an, »gemäß meiner unprofessionellen Einschätzung ist eine Seekrankheit keine große Sache. Sie werden überleben. Das Schlimmste, was Ihnen aufgrund Ihrer Übelkeit im Magen geschehen kann, wäre eventuell ein plötzliches...« Ich konnte den Satz nicht beenden, denn in diesem Moment hatte die Übelkeit meinen Freund übermannt, und er erbrach sein halbverdautes Frühstück auf meinen rechten Ärmel. »Schönen Dank auch«, sagte ich, zog mein Taschentuch hervor und reinigte demonstrativ zuerst mein Jackett, dann Holmes' Mund. »Verzeihen Sie«, stammelte Holmes, »nur leidig bei Bewusstsein.« »Es wird wohl das Beste sein, ich schließe die Augen und stelle mir vor, an einem anderen Ort zu sein, an einem, der sich nicht bewegt.« Er machte einen bemitleidenswerten Eindruck, dennoch musste ich lächeln. So viel zur Einheit von Körper und Geist, stellte ich trocken fest. Holmes reagierte nicht mehr darauf, er schien einzuschlafen, und ich legte ihm einen kleinen Polster unter den Kopf. Dann stellte ich einen Stuhl neben ihn, setzte mich darauf und überwachte Holmes' Schlaf für den Rest der Überfahrt. Es wurden lange Stunden, in denen jedoch nichts mehr geschah. Als wir am späten Nachmittag in Dublin ankamen, war ich selbst so müde geworden, dass ich im Sitzen eingeschlafen war. Holmes hingegen war offenbar schlagartig vollständig genesen und voller Tatendrang. Er stand bereits aufrecht neben mir, als er mich anstieß, um mich zu wecken. »Kommen Sie schon, Watson!« verkündete er mit fröhlicher Miene. »Wir sind da! Los, los!« Mit diesen Worten stürmte er auch schon aus der Kabine. Ich rieb mir die Augen und sah mich schlaftrunken um. Unser Gepäck hatte Holmes dankenswerterweise zu meiner freien Verfügung zurückgelassen. Ich atmete tief durch und stand mit einem Ruck auf. Beladen mit jeweils zwei Koffern und Taschen mühte ich mich durch die schmale Tür und folgte Holmes, der inzwischen wohl schon an der Anlegestelle von unserem Auftraggeber begrüßt werden würde. An dieser Stelle muss ich ein wenig zurückgehen. Vor zwei Tagen hatte uns in der Londoner Baker Street ein Telegramm aus Dublin erreicht. Es stammte von Lord Lawrence Parsons, viertem Earl of Ross und seit kurzem 18. Kanzler des Trinity College beziehungsweise der Universität von Dublin. Der Graf bat um unsere umgehende Unterstützung in einer Angelegenheit von höchster Wichtigkeit, die sich leicht zu einer Staatsaffäre und groben politischen Belastung der irisch-englischen Beziehungen ausweiten konnte. Als ich Holmes das Schreiben des Kanzlers vorlas, zeigte dieser zunächst wenig Interesse. Dem Herrn ist also ein Artefakt abhandengekommen, fragte Holmes gelangweilt. Das ist gewiss bedauerlich, aber ich beteilige mich nicht am Aufspüren archäologischer Unikate. Ich bin doch kein Jäger verlorener Schätze. Aber es dürfte sich doch zweifelsfrei um meinen Diebstahl handeln, korrigierte ich. Somit liegt ein Verbrechen vor. Wenn ich mich nicht irre, so ist die Aufklärung krimineller Taten durchaus Ihr Metier, nicht wahr? Meinetwegen, Watson, erwiderte Holmes, dann erläutern Sie mir doch die genaueren Umstände. Was ist es denn genau, was gestohlen würde? Ich bemühte mich um einen tiefgründigen Gesichtsausdruck und antwortete, bedeutungsschwanger, die Harfe von Brian Boru. Ein Musikinstrument, vermutete Holmes ungerührt. Nicht irgendein Musikinstrument, Holmes, entgegnete ich. Es handelt sich um die bekannteste erhaltene antike gälische Harfe, datiert auf das 14. oder 15. Jahrhundert. Es ist die keltische Harfe, das Nationalsymbol Irlands. Holmes nickte verständnisvoll. Und sie gehörte einem gewissen Brian Boru? Mutmaßlich, erklärte ich. Brian Boru ist ein legendärer irischer Hochkönig aus der Zeit um 1000 nach Christus. Dann gehörte ihm die Harfe also nicht wirklich, meinte Holmes knapp. Wieso? fragte ich. Mathematik, antwortete Holmes. Dieser Mann war mindestens 400 Jahre tot, als die Harfe gebaut wurde. Sie sagten doch selbst, man datiert sie frühestens auf das 14. Jahrhundert. Ich kam ins Stottern. Aber Holmes, keine Ahnung, ich nehme an, das weiß man nicht so genau. Es ist jedenfalls eine Legende und für das irische Bewusstsein sehr wichtig. Holmes ließ nicht locker. Das irische Nationalbewusstsein speist sich also aus einem Märchen? Ich hob den rechten Zeigefinger zur Belehrung. Es ist diese Art englischer Überheblichkeit, die das Empire eines Tages zum Zerfall bringen wird. Ein Empire, nebenbei bemerkt, dessen Gründungsmythos um König Arthus und die Zauberei keltischer Druiden kreist. Hier ist die Faktenlage wohl auch ein wenig drin. Nun schön, meinte Holmes. Einigen wir uns darauf, dass diese Harfe von großem ideellen Wert ist und dadurch vermutlich auch von einigem Geld wert. Natürlich verliert das Trinity College einiges an Reputation, wenn die Harfe nicht wieder auftaucht. Darüber hinaus erscheint mir die Darstellung der drohenden politischen Konsequenzen durch den Kanzler etwas dramatisiert. Abermals musste ich Holmes widersprechen. Keineswegs, erklärte ich. Das Trinity College ist eigentlich eine protestantische Einrichtung, um die Herrschaft des englischen Königshauses über Irland abzusichern. Den Verlust eines regelrechten irischen Heiligtums wird man ihm nicht verzeihen. Die Home-Rule-Bewegung, Katholiken und Republikaner werden die Angelegenheit zu ihrem Gunsten ausnutzen. Es könnte zur Rebellion kommen. Holmes lächelte. Mein lieber Watson, die irischen Bauern und Schafhirten würden sich nicht gleich mit Heugabeln bewaffnen und Dublin Castle belagern. Es ist diese Art englischer Überheblichkeit, begann ich zu wiederholen, doch Holmes unterbrach mich. Schon gut, Watson, beruhigte er mich. Dann werden wir eben unsere Pflicht als brave Untertanen und Soldaten ihrer Majestät erfüllen und die Sache aufklären, auf das die Einheit Großbritanniens und Irlands unter der Krone für alle Zeiten bewahrt bleibt. Ich legte die Stirn in Falten und sagte, »Nun, ja, aber eigentlich«, beendete den Satz aber nicht. »Was ist denn noch, Watson?« fragte Holmes ungeduldig. »Passt Ihnen das etwa auch nicht?« Nach einem Moment des Zögerns erklärte ich, »Es ist so, Holmes, man sollte der irischen Bevölkerung ihren bei den Unterauswahlen deutlich geäußerten Wunsch nach mehr Selbstbestimmung nicht gänzlich versagen. Ich denke, hier besteht ein unbedingtes Recht, nicht zuletzt angesichts des Unrechts, das die englische Krone über Jahrhunderte in Irland zu verantworten hat. Das Empire wird nur als gerechte Herrschaft Bestand haben, aber nicht als Unterdrückungsinstrument.« Holmes lachte auf. »Sie machen mir Spaß, Watson. Wenn es nach Ihnen geht, dann müsste man wohl auch den Schotten und Walisern Ihre Souveränität zugestehen, vielleicht auch Kanada, Australien und Neuseeland, gar nicht zu sprechen von den Kolonialvölkern in Indien und Afrika. Sie sind mir mal ein treuer Untertan.« »Ich bin lediglich der Meinung«, antwortete ich ruhig, »dass diese Einheit nur mittels Gleichheit und Respekt herzustellen ist und somit auch auf Basis der Freiwilligkeit.« »Sie reden ja schon wie unser deutscher Freund Dr. Engels«, meinte Holmes, immer noch amüsiert. »Nun, wir werden wohl weder die Einheit des Empires retten noch den vielleicht unterdrückten Völkern zu ihrer Unabhängigkeit verhelfen können. Alles, was wir tun können, ist, den Diebstahl der Harfe aufzuklären und sie wieder zu beschaffen. Also dann, Watson, buchen Sie uns zwei Fachkarten nach Dublin und kündigen Sie unserem Auftraggeber Lord Ross unsere Ankunft an.« Und hier standen wir nun knapp 48 Stunden später am Hafen von Dublin. Als ich mit unserem Gepäck zu Holmes stieß, hatte dieser bereits einen Kutscher ausfindig gemacht, der ein Namensschild mit der Aufschrift »Dr. Watson« in Händen hielt. Der gute Mann verstaute unsere Koffer im hinteren Teil des modernen, prächtigen, geschlossenen Wagens, dessen Fenster innen durch Vorhänge verdeckt waren, und öffnete uns dann die Tür. Wir stiegen ein und fanden dort auf der hinteren Bank sitzend Lord Ross. »Mr. Holmes, Dr. Watson«, begann dieser ohne Umschweife, während wir ihm gegenüber entgegen der Fahrt Richtung Platz nahmen. »Willkommen in Irland. Es freut mich, dass Sie so rasch anreisen konnten. Sie müssen entschuldigen, dass ich Sie nicht außerhalb des Wagens begrüßt habe, aber es ist leider notwendig, keinerlei Aufsehen zu erregen. Deshalb haben wir auch auf Ihren prominenten Namen Mr. Holmes auf dem Empfangsschild verzichtet.« »Ich verstehe«, sagte Holmes. »Ich nehme an, die Vertuschungsbemühungen bezüglich des Diebstahls gehen noch darüber hinaus.« »Ganz recht«, bestätigte der Kanzler, während sich die Kutsche in Bewegung setzte. »Einstweilen weiß niemand außer mir und dem leitenden Bibliothekar, der den Verlust bemerkt und sofort mir gemeldet hat, von der Sache.« »Die offizielle Darstellung lautet dahingehend, dass sich die Harfe zu Restaurationszwecken in einer aus Sicherheitsgründen geheimen Werkstatt befindet.« Daher werden Sie auch inkognito ermitteln müssen. Dr. Watson, Ihren Namen können wir beibehalten, ist hier als Abgesandter der medizinischen Fakultät der Universität von New South Wales in Sydney. Der Zweck Ihres Aufenthaltes besteht im interuniversitären Erfahrungsaustausch, um in Australien ein umfassendes tertiaires Bildungssystem zu etablieren. Das Universitätspersonal ist bereits darüber informiert worden und Mr. Holmes oder vielmehr Mr. Hogan ist Ihr Assistent. Während Holmes die Lippen zusammenpresste und die Augenbrauen merklich zusammenzog, fiel es mir schwer, mein Amüsement zu verbergen. »Wir bedanken uns für die Vorbereitung dieser wohl durchdachten ausgezeichneten Tarnung«, erklärte ich mit einem übertriebenen Lächeln. »Meine Herren«, setzte Lord Ross fort, »die Lage ist ernst. Ich bin erst seit wenigen Monaten in Amt und Würden als Kanzler des Trinity College und schon trage ich die Verantwortung für einen unvorstellbaren Verlust. Sollte die Harfe nicht wieder zu beschaffen sein, so hätte dies fatale Konsequenzen für mich persönlich und die Universität. Von den potenziellen politischen Implikationen möchte ich gar nicht sprechen. Ein Erfolg in dieser Angelegenheit ist unabdingbar.« »Keine Sorge, Milord«, erwiderte Holmes sofort. »Ich spreche zwar nur als Watsons Assistent, doch kann ich Ihnen versichern, dass Scheitern für uns keine Option ist. Wir werden den Fall aufklären und die Harfe wieder an Ihren Platz bringen. Nun, da ich schon davon spreche, wo befindet sich denn Ihr gewöhnlicher Aufbewahrungsort?« »Sie werden später Gelegenheit erhalten, diesen Ort in Augenschein zu nehmen,« kündigte der Kanzler an. »Aufgrund Ihrer Bekanntheit und Bedeutung ist die Harfe ein permanentes Ausstellungsstück im langen Raum der alten Bibliothek. Dort befinden sich die wertvollsten der zweihunderttausend Bücher, Manuskripte und Texte dieses Standortes, darunter das berühmte Buch von Kelsch, eine illustrierte mittelalterliche Handschrift der vier Evangelien, über tausend Jahre alt. Nun ja, zumindest dieses Prunkstück ist uns noch geblieben.« »Das bedeutet,« bemerkte Holmes, »die Harfe befand sich an einem öffentlich zugänglichen Ort. Aber ich gehe wohl recht in der Annahme, dass der Diebstahl nicht tagsüber, sondern während der Nachtstunden stattfand.« »So ist es,« bestätigte Lord Ross. »Während dieser Zeit ist der Zugang versperrt. Lediglich der leitende Bibliothekar, Mr. O'Brien, und ich selbst verfügen über einen Schlüssel.« »Also fand ein gewaltsamer Einbruch statt,« vermutete ich. Lord Ross schüttelte den Kopf. »Nicht, dass es ersichtlich wäre,« meinte er. »Als Mr. O'Brien in den Morgenstunden den Diebstahl bemerkte, waren die Schlösser und Fenster unversehrt. »Es ist uns unerklärlich, wie der Dieb in das Gebäude eingedrungen ist.« »Und Mr. O'Brien selbst?« fragte Holmes. »Vertrauen Sie ihm bedingungslos, oder könnte er involviert sein?« »Keinesfalls,« entgegnete der Kanzler sofort. »Für ihn lege ich meine Hand ins Feuer. Es muss eine andere Erklärung geben.« »Wenn es so ist,« antwortete Holmes selbstsicher, »dann werden wir Sie zweifelsfrei finden.« »Ihr Wort in Gottes Ohr!«, rief Lord Ross, als die Kutsche bereits den Universitätscampus im Stadtzentrum erreichte. »In wenigen Jahren wird das Trinity College, das 1592 von Queen Elizabeth zur Unterstützung der englischen Herrschaft über Irland gegründet wurde, seinen 300. Geburtstag begehen. Seither hat es sich als hervorragende akademische Einrichtung bewährt und ein entsprechendes Wachstum erfahren. Auf einer Fläche von 47 Acres oder, wie man als Wissenschaftler zu sagen hat, auf 190.000 Quadratmetern erstreckt sich das Areal, das als College Green bezeichnet wird. Auf diesem befindet sich eine bemerkenswerte architektonische und gärtnerische Anlage mit zahlreichen Gebäuden, darunter Institute und Lehreinrichtungen, Personal- und Studentenheime, das Rektoratsgebäude, die große Prüfungshalle, der Speisesaal, die überkonfessionelle Kapelle, der Mitte unseres Jahrhunderts ergänzte Glockenturm, zwei Sportanlagen sowie die inzwischen auf mehrere Standorte verteilten Bibliotheken. Für uns war die berühmte alte Bibliothek von 1732 von vorrangigem Interesse, aus deren langem Raum die Harfe von Brian Borrow entwendet worden war. Unsere Kutsche befuhr einen Schotterweg, der bis vor das Rektorat führte, das ein nicht allzu bescheidenes Gebäude einnahm. Auf den Stufen des Haupteingangs erwartete uns bereits Lord Rosses Sekretärin, Mrs. Keane, was bedeutete, dass wir ab sofort in unseren australischen Rollen bleiben mussten. »Mr. Hogan, kümmern Sie sich doch bitte um unser Gepäck«, sagte ich süffisant zu Holmes, bevor ich Mrs. Keane folgte, um unsere Unterkunft im Rektoratsgebäude in Augenschein zu nehmen. Man hatte uns zwei nebeneinanderliegende Zimmer im Erdgeschoss zugewiesen, offenbar um zufälligen Kontakt mit dem sonstigen Universitätspersonal zu minimieren. Nachdem wir uns eingerichtet und erfrischt hatten, lud uns Lord Ross auf eine Tasse Tee in sein geräumiges Büro, wo er uns auch den leitenden Bibliothekar vorstellte. »Mr. O'Brien, ihm ist Ihre wahre Identität und Aufgabe selbstverständlich bekannt, wird Ihnen die alte Bibliothek zeigen«, erklärte der Kanzler. »In wenigen Minuten wird sie schließen und dann zu Ihrer ungestörten Verfügung stehen.« Holmes nickte dem Bibliothekar zu. »Danke. Wesentlich wird sein, zunächst zu ergründen, wie der Dieb hineingekommen, sowie mitsamt der Harfe, sie ist ja doch ein wenig sperrig, wieder hinausgelangen konnte. Doch vorab, Mr. O'Brien, schildern Sie uns bitte nochmals den Verlauf der Ereignisse. »Der Bibliothekar, ein verhältnismäßig junger, rothaariger Ihre, der seinen Akzent nicht verbarg, gab sich wortkarg.« Da ist nicht viel zu schildern. Am Vorabend, als ich die Türen verschließe, ist die Harfe an ihrem Platz, als ich am nächsten Morgen wiederkomme, ist sie fort, wie vom Erdboden verschluckt. Das war's. »Nun, die Harfe wird sich kaum in Luft aufgelöst haben«, meinte Holmes. »Mag sie auch ein noch so mystischer Gegenstand sein. Dennoch ist es ihrer Meinung nach ausgeschlossen, dass sich jemand zum Gebäude Zutritt verschafft haben könnte, nicht wahr?« »Wie Sie sagen«, bestätigte O'Brien. »Wenn nicht der Geist von Brian Borrow höchstpersönlich herabgestiegen ist«, Holmes lächelte. »Das wäre nur die zweitbeste Erklärung«, erwiderte er. »Wir suchen die Beste, und dies ist immer noch ein ganz materieller Dieb menschlicher Natur.« »Wie dem auch sei«, warf Lord Ross ein. »Sie können sich nun selbst von Möglichkeiten und Unmöglichkeiten jeglicher Art überzeugen. Der Lesesaal müsste in der Zwischenzeit leer sein.« O'Brien führte uns binnen weniger Minuten zum Gebäude der alten Bibliothek. Selbst in der eingebrochenen Dunkelheit kannte er den Weg wie seine Westentasche, den er allerdings mit einer tragbaren Laterne ausleuchtete. Als wir ankamen, war das Gebäude bereits menschenleer, und der Bibliothekar versperrte hinter uns die Tür von innen. Die Räumlichkeiten waren beeindruckend. Ein hoher, langer Säulengang unter einem Gewölbe aus Eichenholz bildete die zentrale Linie, links und rechts reichten die Regale nach oben bis zur Galerieebene und das Ganze im ersten Obergeschoss. Beidseitig säumten die Marmor-Büsten berühmter Denker und Künstler die Zugänge zu den Buchreihen von Homer über Platon bis William Shakespeare und Isaac Newton. Man fühlte regelrecht die über 2000-jährige Wissens- und Kulturgeschichte der Menschheit, durch die man sich bewegte. Schließlich zeigte uns O'Brien einen auffällig leeren Tisch aus dunkellackiertem Holz, der durch Metallständer und diese verbindende Taue aus weinroter Wolle abgesperrt war. Hier ist es, erklärte der Bibliothekar. Sehen Sie. Aus der Tatsache, dass wir eben nicht sahen, war zu schließen, dass dies der gewöhnliche Ausstellungsort der Harfe sein musste. Holmes überlegte einen Moment, dann sagte er, wie ich dachte. Ist man einmal im Gebäude und unbeobachtet, so ist es natürlich ein Leichtes, die Harfe zu ergreifen und sich mit ihr aus dem Staub zu machen? Es gibt keine weitere Sicherung, nicht einmal eine Vitrine. Damit bleibt es dabei, stellte ich fest. Die zentrale Frage lautet, wie kam der Dieper rein und hinaus? Holmes ging direkt vor der Absperrung einige Schritte auf und ab, dann wandte er sich an O'Brien. Es gibt keine weiteren Zugänge zum Gebäude oder ehemalige Zugänge? Nicht, dass ich wüsste, antwortete der Bibliothekar. Aber 1851 gab es einen größeren Umbau, um mehr Platz zu schaffen. Ich verstehe, murmelte Holmes und begann die Umgebung unter die Lupe zu nehmen. Dabei stampfte er an verschiedenen Stellen auf den Boden, klopfte Hölzerne und steinerne Wände ab, inspizierte Inschriften an den Regalen, legte seine Hände in Nischen und betastete die Büsten. Als er das Abbild von Thomas Morus schließlich an der Nase zog, flüsterte mir O'Brien zu, ist das normal? Nein, antwortete ich, das ist Holmes. Dennoch mischte ich mich nun in das Tun meines Freundes ein. Holmes, rief ich, kann man Ihnen vielleicht helfen? Ja, antwortete er, helfen Sie mir suchen. Allzu gerne, erwiderte ich, doch stellt sich mir die Frage, was suchen wir denn? Holmes schüttelte den Kopf und sah mich lächelnd an. Keine Ahnung, etwas Ungewöhnliches? Ich erahnte Holmes' Gedanken. Er vermutete, dass beim Umbau vor 34 Jahren vielleicht geheime Nischen, Zugänge oder Verstecke angelegt worden waren, von denen der Täter wusste. Derartiges in diesem großen Gebäude zu finden, würde sich jedoch äußerst schwierig gestalten. Trotzdem ging ich Holmes natürlich sofort zur Hand und marschierte langsam und aufmerksam durch die Regalreihen und Gänge. Während meines Rundgangs amüsierte ich mich ein wenig über die scheinbar willkürliche Reihung der Büsten. Sokrates folgte auf Jonathan Swift, Adam Smith auf Seneca. Doch plötzlich hielt ich inne. In einer Nische und nicht am Beginn der Regale entdeckte ich eine Büste, die offenkundig Altgriechisch anmuten sollte. Die Plakette darunter trug die Inschrift König Minos von Kreta. Holmes rief ich. Kommen Sie her, ich habe hier vielleicht etwas gefunden. Binnen weniger Sekunden hatte Holmes meine Position erreicht. Was gibt es denn, Watson? fragte er ein wenig außer Atem. Ich deutete auf die Büste und sagte, Bei allem Respekt, aber inwiefern wäre Minos, ohne dies eher eine mythologische als eine historische Person, ein großer Philosoph, Wissenschaftler oder Künstler, diese Personalie passt nicht zu den anderen. Ist das ungewöhnlich genug für Sie? Holmes nickte anerkennend. Sehr schärfsinnig, Watson, gute Arbeit. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, welche Art von Geheimnis der gute alte Minos versteckt oder aber für den Eingeweihten geradezu anzeigt. Was verbinden wir mit Minos? Kreta, begann ich, Zeus und Europa, Poseidon, Pasiphae, Theseus und Ariadne, Daedalus und Icarus, äh, nein, das ist schon zu weit gedacht, aber das Labyrinth, Minos ließ ein Labyrinth bauen. Holmes begann laut zu überlegen. Ein Labyrinth, unterirdische Geheimgänge, verwinkelt, komplex, mit unbekanntem Ausgang, nun gut, dann möge uns Minos den Eingang zeigen. Mit diesen Worten begann er die Büste zu betasten. Er umfasste den Kopf, doch weder nach links noch nach rechts ließ sich etwas bewegen. Inzwischen war auch O'Brien zu uns gestoßen. Er sah mich fragend an, während Holmes in den Ohren von König Minos bohrte, doch ich schüttelte nur den Kopf. Auch nach vorne oder nach hinten war die Büste nicht zu kippen, wie Holmes einstweilen zur Kenntnis nehmen musste. Er hielt inne und verschränkte die Arme vor seiner Brust. Nichts zu machen, stellte er enttäuscht fest. Vielleicht doch eine falsche Fährte? Augenscheinlich, bestätigte ich, doch dies sollte sich als Holmes Stichwort erweisen. Er streckte die Zeigefinger beider Hände aus, präsentierte sie mir bedeutungsvoll, wandte sich dann wieder König Minos zu und drückte mit den Fingerspitzen gleichzeitig auf beide Augen der Büste. Mit einem Klickgeräusch gaben sie tatsächlich ein wenig nach und setzten offenbar einen verborgenen Mechanismus in Gang. Hinter der Büste schob sich mit einem knatternden Geräusch die Holzverkleidung der Nische langsam beiseite. Doch dahinter kam nicht, wie zu erwarten, eine Wand zum Vorschein, sondern zu unserem Erstaunen eine weitere Vertiefung. Eine Öffnung, die direkt in einen Stiegenabgang führte. Holmes triumphierte. Bitte, da haben wir unser geheimes Labyrinth. Nach einer kurzen Überraschungsstarre richtete ich mich an O'Brien. Sollte es in diesem Bereich einen Keller geben? fragte ich misstrauisch. Der verdutzte Bibliothekar schüttelte lediglich den Kopf. Er schien noch nicht ganz zu erfassen, was hier gerade geschehen war. Holmes nahm ihm die Laterne aus der Hand und meinte, »Mr. O'Brien, wenn Sie sich wieder gesammelt haben, dann wären wir Ihnen sehr verbunden, wenn Sie während unserer Abwesenheit die Stellung halten und aufpassen könnten. Wir wollen doch nicht im Labyrinth eingesperrt werden.« O'Brien nickte mit abwesendem Blick. Doch Holmes schien das zu genügen. Ich für meinen Teil war noch nicht ganz von Holmes absehbarem Plan überzeugt. »Nein, Holmes, nein,« protestierte ich schnell. »Sie erwarten doch nicht allen Ernstes, daß ich mit Ihnen da hinuntersteige. Wer weiß, was uns dort erwartet.« Holmes lächelte milde. »So wie Sie sich gerieren, mein lieber Watson, rechnen Sie wohl mit dem Minotaurus?« »Sehr komisch, Holmes,« erwiderte ich. »Ich bin nur der Meinung, daß man vorsichtig vorgehen sollte.« »Haben Sie Ihre Waffe dabei?« fragte Holmes. »Natürlich,« »Natürlich,« antwortete ich und wußte, daß ich damit mein Schicksal besiegelt hatte. »Nun dann,« rief Holmes voller Tatendrang, »dann sind wir ja bestens gerüstet. Lassen Sie uns gehen.« Mit diesen Worten drängte er sich an der auf einer hölzernen Säule stehenden Büste vorbei und erreichte den Abgang. »Kommen Sie schon, Watson,« forderte er. Wohl oder übel mußte ich mich fügen. Bei genauerer Überlegung konnte ich Holmes auch kaum alleine hinabsteigen lassen, also folgte ich ihm, mit der rechten Hand kurz nach meiner Pistole greifend. Die von Holmes getragene Laterne leuchtete nur wenige Schritte voraus, dennoch zeigte sich schnell, nach wenigen Stufen, dass unser Abgang eine steinerne Wendeltreppe war. Wir stiegen tiefer und tiefer, gewiss zwei Geschosse unter das Bodenniveau. Dort endete die Treppe und mündete in einen schmalen Gang, der sich seinerseits lang und länger zog. »Habe ich es nicht vermutet?« kommentierte Holmes hoch erfreut. »Es ist ein Geheimgang.« »Was Sie nicht sagen,« entgegnete ich und trottete weiter hinter Holmes her. Plötzlich stieß mein Freund einen Schrei aus. »Watson, helfen Sie mir, da hat sich etwas in meine Schulter verbissen.« Ich eilte sofort hinzu, konnte aber Entwarnung geben. Mit dem Handrücken schubste ich die Ratte von Holmes' Nacken, die es sich dort gemütlich machen wollte. »Alles in Ordnung,« versicherte ich. »Nur ein hat sich rasch wieder gefasst und meinte nun voller Begeisterung. »Wissen Sie, was das bedeutet? Wenn es hier Ratten gibt, dann müssen diese auch einen Zugang zur Oberwelt haben. Es gibt tatsächlich einen zweiten Ausgang.« »Sie meinen,« fragte ich lakonisch, »wir befinden uns nicht in einer Sackgasse? Sie sehen mich außer mir vor Freude.« Wir setzten den Weg fort. Holmes hatte seinen sonderbaren Humor wiedergewonnen. »Sagen Sie, Watson,« meinte er, »für den Fall, dass hier noch größeres Getier lebt, Ihre Waffe ist doch mit silbernen Kugeln geladen, nicht wahr?« Doch ich ignorierte die Bemerkung und sagte stattdessen, »Was denken Sie, wo der Geheimgang endet? Ein Ausgang auf freiem Gelände wäre gewiss zu auffällig,« stellte Holmes fest. Daher ist davon auszugehen, dass der Gang in ein anderes Gebäude am Campus führt. Tatsächlich erreichten wir bald darauf wiederum einen Treppenansatz. Die Stufen würden uns unweigerlich zum zweiten Ausgang führen. Schritt für Schritt stiegen wir hinauf, bis wir wieder einen kurzen Gang erreichten. An seinem Ende befand sich eine hölzerne Türe. Jetzt wird es interessant, meinte Holmes und versuchte, die klinkenlose Tür aufzudrücken, doch dies war nicht möglich. Er ging einen Schritt zur Seite, machte eine auffordernde Handbewegung in meine Richtung und sagte, wenn ich bitten darf, Watson, ihr Auftritt. Ich seufzte, fügte mich jedoch abermals. Ich nahm vier Schritte Anlauf, mehr Platz war ohne dies nicht, und warf mich mit der unverletzten Schulter gegen die Tür. Sofort zerbrach sie und ich stürzte mitsamt den Bruchstücken in einen dunklen Raum. wo ich auf dem Boden zum Liegen kam. Hinter mir rief Holmes, alles in Ordnung, Watson? Ich stöhnte, versicherte mich meiner Unversehrtheit, rollte mich auf den Rücken und antwortete, bestens, alles bestens. In diesem Moment folgte mir auch schon Holmes mit der Laterne durch die zerstörte Tür und erleuchtete den Raum. Wir sahen einen kleinen Altar und die Umrisse von Sitzbänken. Offenkundig befanden wir uns in der Kapelle. Das ist in der Tat interessant, meinte Holmes. Dann streckte er mir eine Hand entgegen. Was liegen Sie da so herum, Watson? Auf, auf! In diesem Moment erschien die Silhouette eines Mannes hinter Holmes, der mit einem kreuzförmigen Gegenstand zum Schlag ausholte. Die Worte »Herr, vergib mir« waren zu hören, ehe Holmes am Hinterkopf getroffen wurde und zusammenbrach. Die auf den Boden gefallene Laterne erleuchtete nun die Umgebung. Ich erkannte in dem Angreifer aufgrund seiner Kleidung, den anglikanischen Kaplan der Kapelle. In der Hand hielt er tatsächlich ein massives Stehkreuz aus Metall. Ich lag immer noch auf dem Boden, Holmes hatte offensichtlich das Bewusstsein verloren, der Kaplan ging langsam auf mich zu und hob wiederum das Kreuz empor. »Herr, lass mich als dein Werkzeug auch diesen Sünder bestrafen«, sagte er und näherte sich weiter meiner Position. »Bleiben Sie stehen«, rief ich und wich liegend ein wenig zurück, doch der Kaplan schien fest entschlossen, auch auf mich einzuschlagen. Er sah mich geistlos an und verkündete, »Fürchte dich nicht, mein Sohn, der Herr wird uns vergeben«. Mit diesen Worten holte er mit dem Kreuz zum Schlag aus. Es war nicht zu verhindern. Ich zog rasch meine Pistole aus dem Halfter und schoss dem Kaplan genau in die Stirn. Er verharrte noch zwei Sekunden mit erhobenem Kreuz, dann fiel er blutüberströmt zu Boden und rührte sich nicht mehr. »Holmes«, rief ich, »Holmes, sind Sie tot?« Neben neben der Laterne begann sich glücklicherweise der Körper meines Freundes zu bewegen. Holmes kam wieder zu Bewusstsein. Er richtete sich langsam auf und betastete die Beule an seinem Hinterkopf. Dann nahm er die Laterne und kam zu mir, wo er auch den toten Kaplan entdeckte. »Watson«, rief er vorwurfsvoll, »was haben Sie da schon wieder angerichtet? Sie haben einen Diener des Herrn erschossen.« »Wohl eher einen Diener des Teufels«, erwiderte ich und stand auf. »Und wie sollen wir das Lord Ross erklären?« fragte Holmes. »Es war Notwehr«, antwortete ich. »Der Kaplan war verrückt, er hätte uns beide getötet.« »Hätten Sie ihn vor dem tödlichen Schuss nicht wenigstens noch nach dem Verbleib der Harfe fragen können?« meinte Holmes. »Jetzt können wir sie selber suchen.« »Das wird nicht nötig sein«, erklärte ich und deutete hinter den Altar. Er hat sie gleich hier versteckt. War wohl nur als Provisorium gedacht. »Nun gut«, entgegnete Holmes, dessen Miene sich wieder erhellte. Das wird Lord Rosses Schock über das gewaltsame Ableben seines Kaplans ein wenig abmildern. In der Tat zeigte sich, dass der Kanzler lediglich an der schnellen Wiederbeschaffung der Harfe interessiert war. Er bedankte sich überschwänglich bei Holmes und mir für die gute Arbeit, während er den letalen Personenschaden offenbar als durchaus gerecht ansah. »Der Kaplan war ein religiöser Eiferer«, erklärte er ungerührt. »Für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis er völlig durchdrehen würde. Aber was hatte er mit der Harfe von Brian Borrow zu schaffen? fragte ich. »Wenn ich die Sachlage richtig interpretiere, begann Holmes, dann ist folgendes geschehen. Der Kaplan sah das Trinity College als protestantische Einrichtung an. Gewiss lehnte er die Zulassung katholischer Studenten ab. Dass vor einem Jahrzehnt alle Restriktionen aufgehoben wurden, war der nächste Baustein. Am schlimmsten war für ihn jedoch, dass in seiner Kapelle Protestanten und Katholiken gleichermaßen verkehrten und beteten. Das erachtete er als geradezu blasphemische Praxis. Daraus leitete er sein Sendungsbewusstsein ab. Den Geheimgang hinter dem Altar muss er zufällig entdeckt haben, wann auch immer. Durch das Verschwinden der Harfe in der Obhut der protestantisch englischen Verwaltung wollte er jedenfalls einen tiefen Keil zwischen die Konfessionen treiben, der wiederum zum Ausschluss oder zum Rückzug der katholischen Studenten führen sollte. Ein bizarrer Plan, aber keineswegs undenkbar, dass er funktionieren hätte können. Gott sei Dank sind sie ihm in die Quere gekommen, meinte Lord Ross, wobei dieser Satz Holmes abermals veranlasste, seinen Hinterkopf zu befühlen. Der Frieden hier ist labil. Zwischen ihren und Engländern, Katholiken und Protestanten, Nationalisten und Unionisten Republikanern und Monarchisten. Meine Herren, Sie haben dem Empire und der Krone einen großen Dienst erwiesen, wofür ich ihnen auch persönlich sehr dankbar bin. Für diese Tätigkeit werden sie selbstverständlich gütlich entlohnt, doch darf niemals jemand davon erfahren. Die Wahrheit ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Tatsächlich begann noch in derselben Nacht und fortgesetzt in den folgenden Tagen ein umfassendes Verschwörungswerk, um die realen Vorgänge am Trinity College zu vertuschen. Die Harfe von Brian Borough kam früher als erwartet von der Restaurierung zurück und nahm wieder ihren Platz in der alten Bibliothek ein. Der Geheimgang unter dem Campus wurde zugeschüttet und verbarrikadiert. König Minos verschwand aus der Büstensammlung und schließlich wurde der Tod des Kaplans als Unfall inszeniert, wobei auch das anglikanische Erzbistum der Church of Ireland und die Metropolitan Police von Dublin involviert waren. Die australische Delegation der Universität Sydney war zu diesem Zeitpunkt krankheitsbedingt schon früher abgereist. Holmes und ich hatten die grüne Insel tatsächlich bereits am nächsten Morgen nach unserer Ankunft wieder verlassen, als klar wurde, dass die irische Polizei ohne dies keinen Wert auf unsere Aussagen legen würde. Wir bestiegen das erstbeste Schiff nach Liverpool, wobei ich Holmes wiederkehrende Seekrankheit behelfsmäßig mit Ingwer und Orangen behandeln musste. Auch die optische Fixierung der Küste soweit vorhanden oder wenigstens des Horizonts erwies sich als hilfreich. Zumindest das Schlimmste konnte ich so verhindern und meine Kleidung blieb diesmal sauber. In England angekommen verzichteten wir auf eine Übernachtung in Liverpool, sondern nahmen den Abendzug nach London, wenngleich wir mit diesem erst um Mitternacht zu Hause sein würden. Von der Landschaft entlang der Strecke bekam ich im Dunklen diesmal natürlich nichts mit, weswegen ich das Gespräch mit Holmes suchte. Sagen Sie Holmes, begann ich, was denken Sie nun? Doch Holmes tat, als verstünde er nicht. Wie meinen Sie das? Ich weiß nicht, was Sie gestern so unternommen haben, setzte ich nach, aber ich war mit einem grotesken, tödlichen und letztlich verfälschten Fall in Dublin beschäftigt. Was möchten Sie dazu wissen? fragte Holmes. Ich hege gewisse Zweifel, erklärte ich. Zweifel an unserer Tätigkeit. Holmes zeigte sich unbeeindruckt. Nun, mein lieber Watson, wir haben den Fall gelöst und das Diebesgut sichergestellt. Aber die Wahrheit, erwiderte ich. Die Wahrheit existiert unabhängig von ihrer Wahrnehmung, erklärte Holmes gelassen. Die Wahrheit ist absolut und objektiv. Ist es nicht unsere Aufgabe, insistierte ich, die Wahrheit ans Licht zu bringen? Holmes schüttelte den Kopf. Unsere Aufgabe ist es lediglich, die Wahrheit herauszufinden. Ich schwieg einige Minuten, doch Holmes bemerkte natürlich meine immer noch vorhandene Unzufriedenheit. Hören Sie, Watson, meinte er erneut, wenn sich in Irland Katholiken und Protestanten nicht vertragen, dann wird dieser Konflikt noch hundert Jahre oder länger andauern. Das wollen Sie doch nicht. Wenn ich mich recht entsinne, war sogar dies Ihr Argument, warum wir den Fall überhaupt übernehmen sollten, und jetzt missfällt Ihnen das Ergebnis. Eigentlich nicht, musste ich eingestehen, ich wünschte nur, wir hätten mehr erreicht. Das haben wir, erwiderte Holmes. Sie werden sehen, und nebenbei bemerkt, ich habe mich noch nicht bei Ihnen bedankt. Ich legte die Stirn in Falten und fragte Wofür? Nun, hätten Sie nicht im letzten Moment den Kaplan erschossen, stellte Holmes nüchtern fest, so wäre ich jetzt tot. Ach, nehmen Sie sich mal nicht so wichtig, Holmes, entgegnete ich. Erstens wären wir dann beide tot, und außerdem konnte ich das unmöglich zulassen. Schließlich war Mr. Hogan der beste Assistent, den ich je hatte.